Ich hatte es ja schon angekündigt, liebe Katrin, es wird technische Schwierigkeiten geben, das ist der Klassiker. Deswegen haben wir drei Minuten, jetzt habe ich von eurer kostbaren Zeit verschwendet. Deswegen würde ich vorschlagen, lasst uns direkt loslegen. Ich habe ganz, ganz viele Fragen, aber ich finde es ist wichtig, dass du, liebe Katrin, dich einmal kurz vorstellst, damit die Community auch weiß, wer du denn eigentlich genau bist und was du machst. Super, gerne. Katrin Helling-Klar, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestags in der zweiten Wahlperiode. In der letzten Wahl war ich Mitglied im Rechtsausschuss und im Gesundheitsausschuss und betreue weiter die medizinethischen Themen im Gesundheitsausschuss. Alles rund um Kinderwunschbehandlung, Embryonenschutzgesetz ist meine Zuständigkeit eben aus dem gesundheitspolitischen und rechtspolitischen Fokus heraus. Ich habe noch Kollegen im Familienausschuss, die es da betreuen und ich gebe mir Mühe, mich massiv für alle Fortschritte in dem Bereich einzusetzen, was die bessere Finanzierung angeht und auch was Einschränkungen im Embryonenschutzgesetz, Eizellspende, altruistische Leihmutterschaft und solche Dinge angeht. Das wird das hinter uns lassen. Dafür streite ich auch. Das war es in aller Kürze. Super, super. Danke für den coolen Elevator-Pitch, wie man so schön sagt. Pass auf, wir sind ja heute hier, um einfach einmal das Thema Kostenübernahme der Kinderwunschbehandlung zu besprechen. Da hattest du auch den Fertility Think Tank vor einer Weile, hattest du einfach da was sehr Schönes drüber gesagt, was ich super fand, nämlich dass auf jeden Fall 25 Prozent der Kosten für die Kinderwunschbehandlung für alle übernommen werden sollen. Und dazu habe ich natürlich jede Menge Fragen bekommen. Und die allererste Frage, die sehr häufig gestellt wurde, war, ab welchem Quartal im Jahr 2023 kann man mit einer Übernahme von 25 Prozent denn rechnen? Wie fix ist denn das schon? Ich muss einmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben im Moment die Situation, dass für einen begrenzten Personenkreis wir 50 Prozent Übernahme aus der gesetzlichen Krankenversicherung haben und für einen anderen begrenzten Personenkreis bis zu 25 Prozent über so eine Richtlinie des Familienministeriums. Das gilt aber nur, ja beispielsweise nicht für Solomütter, genau, und nicht, wenn man eine Samenspende braucht usw. Und ist auch abhängig vom Bundesland, in dem man lebt. Das heißt, das entsprechende Bundesland musste bei dieser Richtlinie mitmachen. Und eine der Forderungen, die wir auch in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, ist, das Ganze diskriminierungsfrei zu beseitigen. Also unabhängig von Familienstand, whatever. Unabhängig von der Frage, braucht man Samenspende, ja oder nein. Unabhängig von der Frage, gibt es eine medizinische Indikation, ja oder nein. Und eben auch unabhängig vom Wohnort. Und die Tatsache, dass es halt diese 25 Prozent unabhängig von allem gibt, da war es bisher eben noch schwierig, dass gesagt wurde, naja, wir haben zwar den Konsens erzielen können in den Koalitionsverhandlungen, dass wir das wollen, aber wir haben noch das Geld nicht. Das heißt, man muss ja alles irgendwie mit Geld hinterlegen im Haushalt. Und das ist uns halt jetzt in den Haushaltsverhandlungen, ich weiß nicht, vor zwei Wochen war es gelungen, dass auf unser Bestreben hin da eben das entsprechende Geld hinterlegt worden ist. Jetzt muss das Familienministerium kommen und ein Gesetz machen. Oder die Richtlinie ändern. Im Prinzip gibt es beide Möglichkeiten. Und da wir die politische Einigung haben und das Geld da ist, hoffe ich, dass das Familienministerium das auch sehr, sehr schnell macht. Aber ich bin nicht das Familienministerium. Insofern kann ich das sozusagen, die Frage leider aus meiner Arbeit als einfacher Bundestagsabgeordnete nicht beantworten. Ich habe aber auch schon eine Mail ans Familienministerium geschrieben mit derselben Frage. Also wie weit seid ihr denn mit der Umsetzung, wann kommt es denn? Und stelle euch die Antwort gerne zur Verfügung, sobald sie da ist. Okay, was würdest du dann sagen, welche Personen, welche Parteien, die stehen so ein bisschen gegen diesen Weg? Gibt es da welche, die sagen, ja, wir finden das gut, aber wir sind da dementsprechend sehr skeptisch gegenüber? Also wir sind schon die, die es eingebracht haben als FDP-Fraktion in den Koalitionsvertrag. Und, naja, die Union ist sowieso skeptisch, wenn es irgendwie um alles und alles geht. Da hat mir irgendwie ein Kollege von der Union irgendwie neulich gesagt, wenn ich was fordern würde, naja, das wäre sowieso alles des Teufels, was ich da machen würde. Und er hat mich geadelt an der Stelle. Und, naja, ansonsten ist es halt unterschiedlich. Also bei der Frage Finanzierung und Diskriminierungsfreiheit, da muss man so ehrlich sein, sind unsere Amtenpartner schon eher dabei. Bei so weitergehenden Fragen, die jetzt mit dem Embryonenschutzgesetz gehen, Eizellspende, altruistische Leihmutterschaft und so, das sind schon noch eher dickere Bretter, die wir da zuvor haben. Und da sind wir die Einzigen, die so ganz klar sind. Ich glaube, dass ich mit der Finanzierung, also wir müssen die irgendwie immer ziehen und mussten, also in den Verhandlungen, in den Koalitionsverhandlungen, jetzt in den Haushaltsverhandlungen müssen wir immer irgendwie vorangehen. Aber das ist schon so, dass die das auch in Ordnung finden, die anderen. Okay, gut. Und das heißt, also die Haushaltsmittel sind eigentlich schon freigegeben, aber es muss noch eben ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit hergestellt werden, damit das auch freien Gang gehen kann. Habe ich das so? Genau, also die Haushaltsmittel sind, da ist sozusagen eine Anmerkung dran, ich habe es mir gerade nochmal ausdrucken lassen. Da ist dann Verweis auf den entsprechenden Passus im Koalitionsvertrag gemacht. Und da steht, also das Geld ist da zur Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit bis zur Vorlage der notwendigen geänderten Richtlinie oder einer gesetzlichen Regelung. Kann es halt noch nicht ausgezahlt werden, aber das ist eben extra eingestellt worden mit Bezug auf die diskriminierungsfreie Erweiterung des Empfängerkreises, die Unabhängigkeit von medizinischer Indikation, Familienstand und sexueller Identität, sowie die Übernahme von 25 Prozent der Kosten durch den Bund unabhängig von einer Landesbeteiligung. Okay, zwei Fragen dazu. Was würde du denn sagen, kann man das überhaupt sagen, kann man das einschätzen, wie lange so eine Gesetzesänderung, wie sind wir hier in Deutschland, das könnte ja ein bisschen dauern. Das heißt, könnte es auch sein, dass es halt noch nicht, auf jeden Fall 2023, möglich sein wird? Also das Familienministerium wäre halt dumm, wenn sie es nicht im nächsten Jahr machen würden. Und das sage ich Frau Paus auch gerne so, weil wir haben Einigung und wir haben das Geld. Und wenn sie es jetzt nicht nimmt, dann wäre es halt blöd. Also natürlich kann das sein, weil die Initiative muss jetzt einfach aus dem Haus, die müssen das machen und da kann ich jetzt nachfragen und drängen und so, aber am Ende habe ich den Hebel jetzt nicht mehr. Und ja, insofern denkbar ist alles, aber sie werden blöd sein. Okay, gut. Das ist ein schönes Zitat, das nehme ich. Genau, richtig. Und es kam auch die Frage, warum jetzt eigentlich genau 25 Prozent? Also wo kommen denn die 25 Prozent? Ja, warum sind es nicht auch vielleicht 50 Prozent? Oder damals war es ja sogar, ich weiß, es wurde bei dem Fertility Think Tank ja auch nochmal drauf eingegangen, dass es auch damals sogar schon 100 Prozent einmal waren. Wahrscheinlich auch eine Kostensparungsmaßnahme. Aber warum jetzt genau 25 Prozent? Weißt du das? Also wir wollen zu den 100 Prozent zurück. Und das ist so ein bisschen so ein schrittweises Vorgehen. Also damals gab es ja die 100 Prozent, so aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Es war nur für Ehepartner und so, aber es gab mal 100 Prozent. Und dann gab es irgendwann tatsächlich diese Kostensparmaßnahme und man hat gesagt, die gesetzliche Krankenversicherung kriegt noch 50 Prozent. Und dann ist der Gesetzgeber hergekommen und hat gesagt, naja, das ist vielleicht doch alles nicht so eine gute Idee. Lass mal gucken, dass wir noch ein bisschen Geld reingeben. Wir machen jetzt diese Richtlinie aus dem Familienministerium, die eben bis zu 25 Prozent geben kann, je nachdem, ob das Land mitmacht. Und in dieser Situation sind wir halt jetzt. Wir haben einmal 50 Prozent aus der GKV für einen zu kleinen Personenkreis und wir haben einmal bis zu 25 Prozent über diese Richtlinie aus dem Familienministerium. Und jetzt haben wir uns halt auch ein schrittweises Vorgehen überlegt. Und Geld aus der gesetzlichen Krankenversicherung zu nehmen, ist halt noch mal schwerer als aus dem Bundeshaushalt. Deswegen haben wir gesagt, lass uns erst mal bei dieser 25 Prozent Richtlinie anfangen und die erst mal vernünftig machen, Schritt eins. Und dann Schritt zwei, das steht auch schon im Koalitionsvertrag, ist dann der Wunsch, aus diesen 25 Prozent noch mal 50 Prozent zu machen. Aber auch da kann halt das Geld dann wieder hinterlegt werden. Also Schritt eins, 25 Prozent für alle vernünftig. Schritt zwei, 50 Prozent daraus machen. Und ja, die Teile aus der gesetzlichen Krankenversicherung, da müsste man die Voraussetzung auch noch mal angehen sozusagen. Aber schöner wäre natürlich, es gäbe eine Stelle, die alles irgendwie auszahlt und fertig ist. Aber ich bin froh, wenn wir das Ziel erreichen und es am Ende nicht mehr am Geldbeutel scheitert, egal woher jetzt das Geld kommt. Du hattest die gesetzliche Krankenversicherung angesprochen. Gilt denn das auch für die private Krankenversicherung? Oder sind da noch mal irgendwelche anderen Voraussetzungen, so wie jetzt ja auch, gegeben? Ja, also die Voraussetzungen, also im Prinzip orientieren sich die Leistungen der PKV ja schon an denen der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da würde das natürlich irgendwie auch nachziehen, wenn man da die Voraussetzungen ändert. Aber diese Richtlinienförderung, die ist ja völlig unabhängig vom Versicherungsstatus. Die kriegt ja, die gibt es ja. Ja, die würde bei beiden theoretisch reifen. Und wie jetzt auch, muss man manchmal bei der privaten ein bisschen nochmal nachverhandeln. Ja, die sind manchmal, aber auch die gesetzliche ist nicht immer sofort dabei. Nee, nee. Ja, auch noch, also irgendwie eine zahlt nach Körperprinzip und die andere nach Verursicherungsprinzip. Und dann ist es manchmal ja auch völlig behämmert, wie die sich gegenseitig da... Also es gibt noch unfassbar viel zu tun in dem Bereich, aber Schrittchen kommen wir voran. Darf ich dazu auch was fragen? Anna, darf ich kurz was fragen? Ja, gerne. Wenn das Geld erstmal nicht von der Krankenkasse kommt, wie wirkt sich das denn dann für die Kinderwunschkliniken aus? Wir haben so ein bisschen aus dem Verein Stimmen gehört, dass die Sorge besteht, dass die Kinderwunschkliniken weniger verdienen, vielleicht weil die Faktorierung anders genutzt wird und dann nochmal mehr Abstand von Single-Frauen halten, weil da einfach nicht so viel Geld da ist. Wenn das Geld jetzt nicht von der Krankenkasse kommt, sondern aus den Haushaltsmitteln, macht das für die Kliniken einen Unterschied? Naja, das Geld kommt ja jetzt auch schon aus den Haushaltsmitteln, also je nach Bundesland. Aber die Faktorierung, und das gilt ja auch für alle, also es gilt für Solomütter wie für alle anderen Paare auch und was weiß ich will, dass die 25% einfach aus dem Bundeshaushalt kommen können, wenn man sie beantragt. Insofern sehe ich ehrlich gesagt nicht, also es ist ja keine Verschlechterung zum Status quo für die Kliniken irgendwo. Die 50% aus der GKV, da hast du recht, da muss man auch noch ran, dass da sozusagen die Diskriminierungsfreiheit und der Personenkreis erweitert wird. Genau, danke. Noch was, Jennifer, sonst mäßig einfach nochmal. Genau, zum Thema Kostenübernahme ist ja manchmal jetzt auch sogar bei Paaren so, dass erst mal so ein Kostenvoranschlag in der Klinik da sein muss und dann muss das die Krankenkasse absegnen. Das heißt, das ist ein zeitlicher Vorlauf. Teilweise ist gerade Zeit etwas, das Frauen irgendwann nicht mehr haben oder auch natürlich müssen die irgendwann schnell handeln. Da ist jetzt die Frage, ist denn das so unbürokratisch, zumindest geplant bei euch, dass ihr sagt, okay, es kommt eine Frau dahin, die möchte, hat das Kinderwunsch, hat das Beratungsgespräch meinetwegen gemacht und dann bekommt sie relativ schnell innerhalb von zwei Wochen oder sowas Feedback von ihrer Krankenkasse oder von demjenigen, der eben die Kosten trägt, dass das relativ schnell passiert. Ich hoffe, dass das entzieht sich tatsächlich auch dem, was ich hier jetzt so unmittelbar beeinflussen kann. Aber ich meine, es sind ja dann auch weniger Dinge zu prüfen. Also zum Beispiel Familienstand ist nicht zu prüfen, heterologe, homologe Insemination ist nicht mehr Voraussetzung, medizinische Indikation ist im Prinzip egal, die Förderung gibt es trotzdem. Das heißt, ich würde hoffen, dass wenn die weniger Voraussetzungen zu prüfen haben, dass sie dann auch schneller damit fertig sind. Ja, okay. Und du hattest es ja schon gesagt, also dass zum Beispiel ja eben auch Single-Frauen und die heterologe Insemination auch davon betroffen ist, was also super wäre. Aber das heißt, würde man, ist das auch geplant, dass zum Beispiel auch Spendersamen dann absetzen, also nicht absetzbar, sondern erstattungsfähig ist? Weil das ist natürlich der riesen Batzen, der da auf alle Frauen zukommt, die dann eine Spendersamenbehandlung benötigen. Also ich habe unsere Vereinbarung in den Koalitionsverhandlungen so verstanden, dass es möglich sein muss. Aber das wird jetzt sozusagen, der Teufel steckt an der Stelle noch im Detail und dass es nicht jetzt in der Umsetzung funktionieren. Okay, gut. Es kam noch ein Thema zum Thema Social Freezing. Das machen ja auch immer mehr Frauen, die sagen, sie wollen jetzt noch ein bisschen warten, weil sie jetzt Mitte 20 sind oder Ende 20 und möchten jetzt ihre Eizellen einfrieren lassen. Ist Social Freezing, gehört das auch zur Förderungsfähigkeit oder zumindest von dem, was du dir wünschst oder was du da vielleicht nicht in den Weg hast? Ehrlich gesagt bin ich da so ein bisschen, also dass die die gefrorenen Zellen, die ich mir auf eigenen Wunsch habe, gefrieren lassen, dass ich die hinterher auch tatsächlich nutzen kann, das muss, glaube ich, so sein. Also es kann ja nicht sein, dass der Staat hergeht und sagt, aber du nur frische irgendwie, die du dir in letzter Zeit hast, in der Nebenaht lassen. Okay. Dass man die Kosten als Staat für das Freezing selbst übernimmt, kann ich mir ehrlich gesagt weniger gut vorstellen, weil man dann ja sozusagen Anreiz setzen würde, Kinder erst später zu bekommen. Und ja, wir sind super weit, aber einen Anreiz, also einen staatlichen Anreiz zu setzen, jetzt über Kinderwunschbehandlung statt über natürliche Kinderwünsche, also das fiel mir, glaube ich, schwer, das sozusagen zu fördern. Wenn es jemand macht, ist es fein, da habe ich nicht reinzureden, aber Förderung vielleicht eher weniger. Da gibt es ja auch verschiedene Unternehmen, in den USA ist es ja schon relativ üblich, dass man sogenannte Fertility Benefits anbietet, dass das von der Unternehmensseite her gefördert wird, dass zum Beispiel Frauen dann eben ihre Eizellen einfrieren lassen können. Das ist ja vielleicht dann auch etwas, was dann an der Stelle aktuell noch vielleicht Arbeitgeber übernehmen können, wenn es ein großes Unternehmen ist, wenn das überhaupt möglich ist. Okay, das heißt, wir haben jetzt die Auflagen. Jennifer, hast du gerade noch eine Frage vielleicht? Ich würde gerne mal wissen, weißt du, Katrin, wie die Krankenkassen zum Beispiel dazu stehen? Oder wie das Gesundheitsministerium dazu steht? Wie weht denn da der Wind, dass das wirklich irgendwann so ist, dass das diskriminierungsfrei von der Krankenkasse oder woher auch immer zu sehr vielen Prozent übernommen wird? Wie steht denn da, also wie sind denn da die Aussichten? Na ja, also ich glaube, die Krankenkassen haben ja keine Wahlfreiheit. Wenn wir sozusagen die gesetzliche Änderung, das Gesetz auch für die Krankenkassen ändern, das SGB V ändern, dann müssen die ja. Und insofern, ja, glaube ich, wird da alles fein sein. Das Gesundheitsministerium ist gebunden an den Koalitionsvertrag und da steht es drin. Aber dass Häuser irgendwie auch tatsächlich das umsetzen müssen und Ministerien das umsetzen müssen, was man vereinbart hat, das ist so. Das Gesundheitsministerium hat eine Menge irgendwie an Herausforderungen gerade. Insofern habe ich nicht das Gefühl, um ehrlich zu sein, dass sie sich jetzt den ganzen Tag bisher irgendwie nur um diese Fragestellung gekümmert haben. Aber wir werden da halt beide auch... Sehr diplomatisch. Wir werden da natürlich auch dranbleiben und uns Mühe geben, dass wir die da oft dran erinnern, was wir da vereinbart haben. Nochmal ganz kurz eine Frage zu der Anzahl der Versuche aktuell. Ist es, glaube ich, so, es wären für heterosexuelle Paare drei oder vier? Drei aus der GKV und vier aus der Richtlinie. Genau. Und wäre das ebenfalls so, dass das auch so eine bestimmte... Also eben auf diese Anzahl von drei erstmal beschränkt... Also ich gehe davon aus, dass wir uns erstmal jetzt sozusagen nicht... Also die Finanzmittel sind, glaube ich, so geplant, dass es so bleibt. Aber wir haben uns auch vereinbart, dass wir das nochmal diskutieren wollen. In der PKV ist es ja so, dass es nach individueller Erfolgswahrscheinlichkeit geht. Also dass die sich den Einzelfall angucken und sagen, das ist eine über 15-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit, also müssen wir erstatten. Und so hielte ich es eigentlich auch für die GKV für wünschenswert, wenn man also nicht so pauschale Lösungen hätte, sondern einen Einzelfall sieht. Das Gleiche gilt aus meiner Sicht übrigens auch für die Altersgrenzen. Also die Altersgrenzen nach unten halte ich völlig wahnwitzig. Was das soll, habe ich noch nie verstanden. Und auch nach oben fände ich es eigentlich besser, man guckt sich den Einzelfall an. Oder viele Reproduktionsmediziner sagen, naja, so bei 43 ist es sowieso so, dass da die Wahrscheinlichkeit entsprechend abgenommen hat, sodass man dann diskutieren wird, okay, macht man jetzt wirklich Einzelfall oder nimmt man da halt wieder den pauschalen Weg. Das Zweite wird natürlich bürokratieärmer sein, wenn man irgendwie eine Altersgrenze hat und weniger individuell. Das geht dann halt wieder, dauert halt dann länger. Aber im Prinzip wäre mir Einzelfall am liebsten so. Mal gucken. Also das kann ich noch nicht, kann ich nicht sagen, wo es dahin läuft. Aber darüber müssen wir eben auch noch reden, ja. Ist ja auch immer eine Sache vom Zeitfaktor auch da. Also was ich bei uns auch immer sehe, dass Frauen, dass es halt kein gutes Gefühl ist, wenn man so auf so eine Zahl runtergebrochen wird. Oh, du bist jetzt 40, na dann machen wir das nicht mehr. Oh, du bist jetzt 25 oder 19 oder was. Nee, das machen wir bei dir einfach nicht aufgrund deines Alters. Ich verstehe den Ansatz total, aber wie du schon selber auch sagtest, da ist jede Frau auch irgendwie anders. Nur weil 42 im Personalausweis steht, heißt es nicht, dass die Einzelfallqualität auch 42 Jahre alt ist, sage ich mal. und man kann ja auch immer noch ein bisschen was da machen, aber deswegen, glaube ich, so eine Einzelfallentscheidung, so super die auch wäre, ist es wahrscheinlich trotzdem etwas, was deutlich länger dauern würde und dadurch natürlich auch ein bisschen kostenintensiver ist. Aber ich würde es trotzdem begrüßen. Ich würde es trotzdem auch auf jeden Fall sagen. Das ist total spannend in dem Bereich, auch übrigens, was du jetzt mit Social Freezing, also geht es dann um das Alter der Frau oder um das Alter der Zelle eigentlich, müsste es ja wahrscheinlich um das Alter der Zelle dann gehen. Aber das ist jetzt noch sehr komplex. Ja, ja, okay. Gut. Jennifer, hast du noch eine Frage, Jennifer? Oder sonst gucke ich ja noch mal im Chat auch noch mal rein. Genau, guck du doch mal im Chat und ich stelle noch eine Frage. Sehr gerne. Wir sind ja in Deutschland, wir leben ja so ein bisschen hinter dem Mond im Vergleich zu Dänemark etc. USA. USA, ja, USA sowieso. Aber hast du Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren da entspannter hinkommen, dass es einfach so sein wird, dass es ganz normal ist, auch den Weg der Solomutter zu gehen zum Beispiel und offen darüber zu sprechen, dass Kinderwunsch eben auch nicht immer natürlich funktioniert. Hast du da Hoffnung, dass wir da entspannt hinkommen und das für alle gut finanziert wird? Die Hoffnung habe ich schon und ich habe auch das Gefühl, dass da in den letzten Jahren, also das müsst ihr vielleicht auch mal sagen, aber dass da in den letzten Jahren schon enorm was passiert ist. Also allein Solomutterschaft war ja, also aus meiner Wahrnehmung bis vor nicht allzu langer Zeit noch irgendwie, also naja, geächtet ist es vielleicht. Tabu? Ja, Tabu ist. Ja, und. Ja, genau. Und also, dass es das überhaupt irgendwie geben kann und jetzt haben wir vereinbart, dass wir das fördern. Also das ist, glaube ich, schon mal ein großer Schritt und auch sowas, den offenen Umgang mit, dass es zur Verwirklichung des Kinderwunsches eben manchmal auch Unterstützung braucht, habe ich schon auch das Gefühl, dass es echt vorangeht und sich mehr Leute da bekennen. Aber das ist natürlich was. Ja, es ist auch mein Job, irgendwie hier mich darum zu kümmern, aber eurer ist sozusagen genauso, weil es muss die Gesellschaft Ja, das stimmt. Im Gesamt. Da tun wir auch immer einiges für. Ich weiß, genau. Deshalb sind wir da. Wir arbeiten an der Sichtbarkeit. Ja. Wir haben den Verein gegründet, damit da eine Anlaufstelle ist, damit wir uns zusammentun können, damit wir zeigen können, wir sind ja auch da und dann wird das hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Und Hanna, hast du noch eine Frage aus dem Chat gefunden? Ja, genau. Also ich habe noch eine Frage aus dem Chat und dann habe ich auch noch kurz eine. Also hier, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber vielleicht kannst du das trotzdem sagen, wie sieht es denn aus mit einem Unterhaltsanspruch für Mütter durch Samenspende und wahrscheinlich ist so die Samenspende aus der Samenbank gemeint und nicht den Privatspender. Ja, da gibt es keinen. Da gibt es keinen. Ja, genau. Und das darf sich auch nicht ändern. Das darf sich auch nicht ändern. Alles klar. Okay. Warten wir mal kurz. Ach ja, da unten sind jetzt noch ein paar Unterhaltsanspruchs. Das darf sich nicht ändern. Genau. Sag doch mal deine Meinung, warum darf sich das auf gar keinen Fall ändern? Naja, weil sonst kaum jemand mehr bereit sei. Also wir haben ja das Recht auf die Kenntnis der eigenen Abkommung für Kinder. Das ist ja auch richtig so, aber es wird sich ja kein Mensch mehr auf der Samenspende bereit erklären. Das ist ja sozusagen das Modell der anonymen Samenspende. Ich glaube, das ist nicht Unterhaltsvorschuss. Ich glaube, es ist nicht das Thema Unterhaltsvorschuss, sondern Unterhaltsvorschuss. Aus Haushaltsmitteln, sage ich mal, das wir ja auch mitfinanzieren, wir Solomütter, ne? Wir haben praktisch das ja alles auch mit, diesen Unterhaltsvorschuss. Genau. Ich glaube, das war die Frage, dass es nicht der Spender logischerweise zahlt. Das ist ja politisch. Das war jetzt meine Lebenswelt, weil ich bin ja im Rechtsausschuss irgendwie fürs Familienrecht zuständig. Und da ist Unterhalt, also nie dann Unterhaltsvorschuss, sondern immer nur Vater, Mutter und so. Achso, okay. Das liegt tatsächlich im Familienausschuss, die Leistung nach Unterhaltsvorschuss. Ich bin überfragt. Ich müsste meine ganz tollen Kollegen im Familienausschuss verweisen. Okay, das ist immer super. Ich habe dann nur eine Frage habe ich noch und zwar pränatale Vaterschaftstests. Es gibt ja Frauen, die sagen, sie nehmen jetzt einen Privatspender über eine Samenbank. Und bisher ist es so, dass es bei den Samenbanken so geregelt ist, dass wenn sie einen Privatspender über eine Samenbank nehmen, dass der keine rechtlichen Verpflichtungen dem Kind gegenüber hat, aber unter anderem das Sorgerecht auch nicht beantragen kann. Wenn es jetzt diese pränatalen Vaterschaftstests, ich glaube, die sind in der Diskussion, wenn ich es richtig verstanden habe, genau, wenn es jetzt die gibt und mal angenommen, ein Privatspender, mit dem ich jetzt über eine Samenbank gegangen bin, der sagt jetzt, oh nee, jetzt möchte ich aber doch gerne mehr von dem Kind und möchte diesen Vaterschaftstest praktisch machen. Dürfte der dann, also würde diese Regelung mit dem pränatalen Vaterschaftstest, würde die dann die Regelung mit der Samenbank überlagern? Weißt du das? Also aus meiner Sicht kann es dann nicht überlagern, sondern die Regelung mit der Samenbank ist so und dann kann ich eben nicht hinterher gehen und sagen, jetzt möchte ich Rechte als Vater gelten machen. Ich finde aber nicht jetzt mal jenseits der Debatte eigentlich die Bluttesten eine gute Idee für die paar, die wissen oder die Konstellationen, die eben vorher schon wissen wollen, wer der Vater ist. Das war ja früher, es geht ja erst seit einiger Zeit als Bluttest so und seitdem es diesen Fortschritt, diese Möglichkeit gibt es ehrlich gesagt keinen Grund, das ist bisher ja nur in Ausnahmekonstellationen möglich, weil man das früher über Puchtwasseruntersuchungen und was weiß ich, wie dann machen musste mit Risiko fürs Kind und so, sofern das jetzt über Bluttests geht, sehe ich da ehrlich, also wer da vor der Geburt schon Sicherheit haben will, aber einen Einfluss auf die Situation der Samenbanken hat. Weil zumindest soweit ich informiert bin, ist das ja auch so, ist das gar nicht richtig geregelt, dass man als Privatspender über die Samenbanken gehen kann, das heißt, die gehen jetzt erst mal davon aus, aber wenn es jetzt so ein Gesetz gäbe, sag ich mal, dass ein pränataler Falscherschaftstest gemacht werden kann, dann könnte ja gesagt werden, naja, das hier ist jetzt Gesetz, aber das ist nur eure individuelle Samenbankregelung, deswegen ist das einfach so ein bisschen... Also wir haben im Moment, es gäbe ja kein Gesetz, das positiv irgendwie sagen würde, du kannst einen Falschersatzstest machen, sondern das ist Verbot. Ja. Wir haben im Moment im Gen-Diagnostik-Gesetz ein Verbot von vorgeburtlichen Vaterschaftstests und der Hintergrund von dem Verbot ist, dass man den Kindern keinem Risiko aussetzen wollte, dass man sozusagen gesagt hat, nur weil die Mutter den Vater wissen will, wird eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, mit einem Fehlgeburtsrisiko einhergeht. Und deswegen ging das nur in ganz besonderen Ausnahmekonstellationen nach vermuteten Vergewaltigungen und so etwas bisher. Aber seitdem ist, man würde einfach dieses Verbot sozusagen wegnehmen und streichen. Aber nur, wenn ich kein Verbot mehr habe, es ist ja jetzt kein, sozusagen positive, es wird da vorgeburtlich ein Blut- oder ein Vaterschaftstest gemacht. Wie ist es denn, im Koalitionsvertrag steht ja auch drin, dass die private Samenspende auch in das Samenspenderregistergesetz aufgenommen werden soll, was ja für die Frauen, die sich für diesen Weg entscheiden, unfassbar viel Sicherheit bedeuten würde, weil der biologische Vater dann kein rechtlicher Vater sein kann. Wie ist denn da der Stand? Ist das schon angelaufen oder ist da noch gar nichts passiert? Ehrlich gesagt habe ich, also ich nehme an, dass das auch im Gesundheitsministerium liegen müsste und ich habe nichts gehört. Also ich müsste mal nachfragen, aber pro Akt, also dass ich da jetzt aktuell schon Neuigkeiten wüsste, das ist nicht so. Ich frage gerne. Sag zu uns dann Bescheid. Das ist ja ganz toll. Okay. Achso, vielleicht ein Punkt, den ich, wir wollen ja auch, der spielt im Familienrecht mehr, aber wir wollen ja auch verbindliche Elternschaftsvereinbarungen ermöglichen. Das würde natürlich viel noch mal ändern, was so Rechtssicherheit und so angeht. Also wenn ich auch, keine Ahnung, mit dem Becherspender vorab eine Elternschaftsvereinbarung, die bindend ist, habe, dann brauche ich mir ja über viele andere Dinge jetzt irgendwie auch keine Sorgen mehr. Und wenn ich jetzt das ausschließe, das hatten wir auch in der Vergangenheit, ich glaube, Jennifer Dörster hat so einen ganz krassen Fall geschildert, wo gesagt wurde, er hat sich bereit erklärt, Privatspender zu werden und die Frau und dann irgendwann nach einem Jahr, als er sich an das Kind so schön gewöhnt hatte, dann hat er dann irgendwann gesagt, so jetzt will er aber sorgerecht haben. Trotz dieser Vereinbarung, die er bis jetzt praktisch nur auf dem Papier existiert, die ist ja im Grunde nichts wert. Das heißt, würde das dann so eine verbindliche Elternschaft auch eine verbindliche Nicht-Elternschaft einschließen, also dass man so eine Vereinbarung treffen kann? Ja, das macht nur so Sinn, also das macht nur so Sinn, wenn ich in der Elternschaftsvereinbarung dann vereinbare, wer hinterher rechtlicher Elternteil ist. Okay, also im Grunde kann das dann praktisch jeder selber festlegen von diesem, wenn sich beide einig sind wahrscheinlich. genau. Okay, super. Okay, ich weiß, du musst jetzt auch direkt in den nächsten Termin, deswegen möchte ich jetzt erstmal mich ganz doll bedanken, dass du Zeit genommen hast, dir vor deinem Termin und jetzt noch nach deinem Termin, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch, dass du so viele Fragen beantwortet hast und ja, also auch Jennifer, gut, dass du auch noch mal dabei warst, das ist immer schön von allen Seiten, auch vom Verein, vom Solomiter-EV-Verein einfach nur mal so ein bisschen Input jetzt zu bekommen und ich bin mir sicher, wir werden bestimmt noch mal auf dich zukommen, also ganz, ganz sicher. Das glaube ich auch, ja. Ja. Und dann wünsche ich jetzt auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die dabei waren, erstmal einen wunderschönen Donnerstag, falls es Donnerstag ist und genau, toll, dass du dabei warst, wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt sie gerne an uns, auch gerne an Solomiter-EV und an mich und wir würden die dann gegebenenfalls weiterleiten. Und ja, dann danke für eure Aufmerksamkeit und ich versuche, das jetzt mal online zu stellen. Ja, wir sind gedrückt. Wir freuen uns. Vielen Dank, Katrin. Ich danke euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.